Aufsitzen! Fertig! Mannschaft 2 Rhinos! Wasser bei 20! Ah, das ist ein bisschen besser! So ein Knot geht unter Verfahren, das war das Problem. Die werden locker unterdreißen, weit unterdreißen. Schaut da eigentlich! Ihr lobt jetzt, was ihr da habt. Man kann auch wissen, welche... Die Reihenfolge bleibt dieselbe wie vorhin, ne? Dann kann ich nochmal nach vorne loben.